hallo hier ist der martin von mann im angst das die dachsanalyse für nun montag den 22.11 2021 und wenn wir uns recht sind haben wir am freitag eine bild gehabt in dem dem den bullen das futter vor die nase gehalten wurde und es hat ihm nicht geschmeckt er ist direkt von bord gesprungen und hat sich ins wasser geplatscht und zwar ordentlich das war ganz schön abgeschoben also das war ein sehr interessanter tag von auch vom bewegungsspiel her viel gegen gegenreaktion drin viel spiel drin viel aggressivität da eigentlich auch so im chart bewegungs muster der hat schon gut nach unten durchgedrückt wenn wir mal um jetzt besser einordnen zu können wie werden wir das was wir jetzt haben nochmal zurückschauen was wir am donnerstag für den freitag eigentlich kommen sehen wollten dann war das dass wir oben raus definitiv noch eine gute chance hätten wenn er uns über 245 200 bleibt und schöne grüne kerzen nach oben stellt bestenfalls mit aufwärts gap eröffnet und dann stärke zeigt dass er dann eben oben noch rein treten kann bis in die 365 vielleicht sogar in die 94 rein und einfach weiter macht weiter im trend spielt weiter rennt weil noch keine umkehrsignale und so weiter da sind wenn er uns aber unter die zwei und wenn aber auch wie haben wir gesagt dicke fette roten kerzen von also dicke fette roten kerzen rein stellt und nur schwäche zeigt und er kippt uns und also 200 ab dann ebenfalls also dass man dann auch ein bisschen mehr platz noch einplanen können bis in die 120 und 100 rein hier und gegebenenfalls auch bis auf den gap close hier in die in die 16 10 halt rein wir haben die zwei bewegungs pfeile gesetzt oben und unten und wir haben jetzt erst mal nur den unteren abgearbeitet und den oberen erst mal noch ausgelassen ja das heißt ich würde das jetzt hier mal ein bisschen besser noch sieht und einordnen kann einfach mal noch drin stehen lassen so und auch oben das noch stehen lassen weil es doch richtig raus ist ja noch nicht also wir haben verfallstage die schwach nach unten tendiert haben in den letzten monaten ich sag mal in den letzten sechs monaten mit auffallend hoher anhäufung gesehen immer wieder eigentlich nur der letzte letzte verfallstag der war andersrum ne der ging wirklich kerzen gerade nach oben durch bis zum schluss waren die letzten verfallstage eigentlich immer von von minute eins an bis zum schluss relativ schwach auf dem bein gewesen ich hätte jetzt gar nicht muss ich ganz ehrlich sagen gar nicht erwartet für den freitag dass es sich so schwach zeigt er ist jetzt nicht brutal schwach gewesen aber schon mal zumindest ein umkehrsignal gesetzt also am tag jetzt schaut sehen wir das gleich ist das ein umkehrsignal gewesen aber worauf ich jetzt hinaus will ist dass die montage danach sehr oft hat sich schon direkte konter waren in denen das voll ausgeglichen wurde und ich sag mal sollte der dax jetzt hier auch zum montag weiter hoch schieben und sich insbesondere wieder über 200 und 230 zurückarbeiten das für mich jetzt rücklaufzone dann geht er in die 200 230 rein und er fällt runter dann kann er unten weitermachen aber geht er drüber zurück dann ist nach oben wieder alles drin neue hoch und auch weitere also wirklich das ist dann nicht bloß hier 3 65 da hört die welt auf das kann auch noch 4 90 und selbst da oben die 16 7 75 werden die beim tageschart haben deswegen würde ich mir wirklich eine kante ziehen hier im bereich um 230 200 und darüber will ich jetzt nicht sehen alles was darüber geht zu mich wieder ganz klar positive chartlage positive tendenz auch wenn es jetzt erst mal umkehrsignal ist was gesetzt wird das umkehrsignal selbst gibt uns natürlich nun aber schon auch gelegenheit wieder mal das wort schott in den mund zu nehmen und vor allem auch zu probieren wenn wir hier weiter anhaltende schwäche sehen also sollte der dax insbesondere jetzt hier weiter runter arbeiten und auch unter die 120 100 gehen zum montag als definitiv im bereich um 16.000 hier 16.000 sehn noch dieses offene gäbe das haben wir gestern schon thematisiert drin und und wenn der bereich dann nicht hält dann wird es darunter auch ein bisschen luftiger also die gleitende durchschnittslinie hier wird sich ein bisschen zurückstellen wird aber trotzdem sagen dass auch wenn der bereich dann da nicht halten kann und da müssen wir das noch ein bisschen enger eingrenzen das ist ja eher mehr diese 985 hier eine 15.000 985 bis 16.000 10 das ist jetzt support zone ja wenn die dann auch nicht hält dann geht es halt auch wirklich noch noch eine etage noch eine drunter wie das jetzt das war also in dem sinne wir gucken auch gleich in den tageschart haben wir auf jeden fall jetzt zum freitag nach unten angerissen naja aber muss zum montag jetzt dann die schwäche auch halten ja muss dafür jetzt nicht prachial runter man sollte halt echt vermeiden dicke grüne kerzen hier reinzustellen früh 8 uhr 9 uhr fette grüne kerzen wenn 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 der dann auch nur 10 uhr noch eine grüne hinterher stadt dann ist das ding eigentlich schon erledigt halt ne dann macht er weiter ja wenn der sich sag ich mal bis bis 9 uhr hier auf 200 hoch schiebt und dann schiebt es sich nach 10 uhr noch über 230 dann ist das thema eigentlich schon wieder vom tisch ne dann läuft der wieder hoch bis an die hochs ran bis hier an die 300 und dann eben auch weiter bis in den bereich bis in die zone da sollte man auf jeden fall auf dem radar haben das sollte man wissen so und nach unten wie gesagt sind die bereiche um 16.000 10 bis 15.985 recht wichtig und alles was dann tiefer geht dass das ja da wird es dann eigentlich auch langsam wieder richtig interessant halt na auch für die die jetzt die ganze zeit auf ihre shorts gewartet haben die sollten dann wirklich aufpassen dass sie dann jetzt nicht plötzlich das ufer wechseln die ganzen ganz das ist ganz klassisch dass das kann man auch gar nicht oft genug sagen weil die weiß immer wieder verkehrt machen ja eine ganze strecke handelt sie hoch zu short und dann kommt der erste rote tag die erste rote tageskirche und zack sind die montags sofort die ersten die irgendwo long suchen obwohl sie die ganze zeit gesagt haben ja nachrichten und 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 eigentlich muss doch der dax fallen na aber das ist eins einfach dieses instinktive gegen den trend handeln das ist einfach so in uns drin wenn was steigt wir wollen es immer alles dahin wieder zurückkamen wo es her kam das ist immer für uns rational aber die bürze ist halt nicht rational ne und deswegen macht die das dann einfach nicht und läuft immer weiter und immer weiter und immer weiter so dass alle dastehen wie bekloppt ist das denn das ist ja verrückt das hat überhaupt nichts mit der realität zu tun das sind immer so ausrufe die man recht häufig hört von welchen die da versuchen gegen den trend zu arbeiten halten weil sie es nicht als das sehen was es ist als ein geschäft und dann muss ich wirklich nur gucken wohin treibt mir das geld und wohin geht hier die bewegung also ganz klar auf einsatz gesagt wir haben eine wichtige unterstützung angelaufen dreht der markt von hier wieder auf und scheitert nicht im bereich um 2230 sind 15 16365 und mehr möglich sollte der bereich zum montag nach unten gebrochen werden sehen wir uns in 16.000 10 bis 15.000 85 und auch wenn dieser bereich nicht gehalten werden kann öffnet sich der dax nach unten ledigliche räume für rücksetzer auch auf den größeren zeiteinheiten dafür gucken wir noch kurz im tag ist schadet das sehen wir nämlich jetzt hier massiv rote kerze die röteste kerze seit überhaupt keine ahnung Ende september das ist ja alles hier guckt man es alles grün und klein rot das ist richtig rot im tag ist schadet mit der bollinger band jetzt sagen wir mal im bereich um 16.000 15.000 990 das passt eigentlich schön mit der zone aufeinander die wir dort haben das wird dann immer gute support zone und wenn das nicht hält geht es hier in die zone rein geht es hier in den bereich rein zack macht er dann so her zack 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 so kommt er dann ja da auf jeden fall aufpassen aber auch ihr seht es hier am pfeil wenn der das jetzt grün aus kontert am montag und der ballert hier nur grüne katzen durch von früh an früh 8 uhr grün 9 uhr grün 10 uhr 10 uhr stunden katzen grün dann dann ist eigentlich schon safe dass er das wieder komplett hoch arbeitet und oben weiter raus steigt gut okay mehr brauchen wir gar nicht besprechen das ist es und dann drücke ich euch wirklich die daumen dass ihr das handelt was ihr seht dass ihr das auch hinbekommt viele wissen das ja kriegen sie dann trotzdem nicht umgesetzt das brauche auch einfach manchmal muss man auch einfach die richtige stimmung dafür haben dass man auch wirklich darauf eingestellt ist und dann ist halt echt die kunst einfach wenn man merkt man der markt ist gerade nicht das was ich haben will und er macht auch nicht das was ich haben will dass man einfach den kopf runter nimmt und den mal kurz machen lässt aber vielleicht auch noch dazu wir hatten ja hier gesagt oberhalb von 15.600 shorts erstmal zurücknehmen aushitschen gegebenenfalls um kopf runterzunehmen solange der markt steigt so eine tageskatze muss man jetzt beachten das heißt wer short abgebaut hat sollte jetzt sich ganz genau untergeordnet die nächsten hochs und tiefs angucken und gegebenenfalls wieder aufbauen das ist also definitiv und dann absichern über den hochs wenn die hochs wieder kommen steigt er eh weiter aber aus der situation heraus kann durchaus erst mal jetzt eine gute korrekte runde stehen das ist das also da sollte man definitiv reagieren wer hier reagiert hat sollte jetzt hier auch reagieren und anpassen und das werden auch andere denke ich so machen und da hat deswegen mal wirklich genauer hingucken vielleicht auch mal so mittag um 12 gucken na wie steht denn der dax hat er jetzt hier wieder ist er voll auf konta ist er schon über 230 oder ist er eher unter 15 1 50 na dann wäre das wirklich ein grund da noch ein bisschen abzupassen nach unten und ein bisschen risiko einzukalkulieren ja gut also ich mache hier aus wünsche euch was gutes gelingen und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss zum nächsten mal ja und also im 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 Vielen Dank.